So, das war der erste Versuch, dass die mal aus dem Zopf trinken. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Alles ausgeschüttet. Ich bin total verkleckert, die Hunde auch. Aber jetzt kann man sich gegenseitig abschlecken, auch schön. DJ, ist komisch, ne? Willst du auch ein bisschen Milch trinken, ne? Na ja, man will schon trinken, aber man kann das Gerät nicht irgendwie richtig bedienen. Na, DJ, geh mal hin! Hast du Angst? Hast du Angst? DJ, du bist noch viel kleiner als du, hm? So, der Dreck hier, der wird halt aufgetrunken. Aber da müssen die durch. Hm, jetzt sind sie eigentlich trinkig. Oh, nee, guck mal, die geht hier. Guck mal, die macht doch gar nichts. Guck mal, die geht hier. Bist du Angst? Guck mal, die geht hier. Guck mal, die geht hier. Guck mal, die geht hier. Guck mal. So, ne, das reicht jetzt. So, jetzt gehen alle auf dem Bild. Ach, gut.